Dazu muss man natürlich sagen, wir haben alles Fachleute, wir haben einen einzigen, das ist die Familie, die wir bei uns haben, die einen Job super macht, der geht an den Gipfel absinken, dann räumt er tiefer auf, dann hackt er die Eichlinge ab für die Läden, also gerade plus Gipfel, Mann, Gipfel, Butter, Kali.